Schauen wir uns nun die Option Application Cache am Beispiel von Hasnova an. Wir haben im linken Fenster im Google Chrome Browser die Applikation geladen und im rechten Fenster die Developer Tools. Zunächst zeige ich Ihnen, wo die Manifest-Datei, der Cache Manifest, dem Browser mitgeteilt wird. Das finden Sie im HTML-Code als Attribut des HTML-Elements. Manifest gleich Hasnova.manifest. Gehen wir nun auf den Tab Resources, so sehen wir im Prinzip alle Optionen der Speicherung einer HTML5-App. Wir haben zum einen die WebSQL. Wie eingangs erwähnt, unterstützen nicht alle Browser-Engines diese SQL-Datenbank. Es ist eine SQL-Lite-Datenbank. Wird hier nicht verwendet. Firefox Internet Explorer benutzen IndexDB. Asnova verwendet keine von diesen kleinseitigen SQL- oder NoSQL-Datenbanken. Wir haben aber ein Local Storage. Und Sie sehen, es gibt hier Einträge. Wir haben Session Storage. In der Domäne haben wir keine Einträge. Wir haben die klassische Speicherung über Cookies. Noch verwenden wir keine. Jetzt aber haben wir die Authentifizierungsdaten hier eingetragen. Dann haben wir den Applikations-Cache. Und hier die entsprechenden Einträge. Zu finden ist die Manifest-Datei in diesem Verzeichnis, im Master. Die Datei lautet Asnova Manifest. Und Sie sehen, diese Einträge wurden vorgenommen. Das heißt, beim Initialenladen werden alle Ressourcen einmal geladen. Und beim zweiten Aufruf werden diese Einträge, diese Ressourcen nicht mehr über das Netz geladen, sondern liegen lokal auf der Festplatte. Sensor Command, das Sie ja schon kennengelernt haben, erlaubt eine sehr effiziente Befüllung der Manifest-Datei. Schauen wir uns das mal kurz an, wie das passiert. Und zwar wird in der Datei App.json vom Entwickler deklariert, welche Ressourcen in den App.cache übernommen werden sollen. Diese Datei ist für Ihren Entwickler interessant und sollte auch einmal gelesen werden. Zum einen die Deklaration eines Namensraumes für die App. Dann es ist eine Single-Page-App, wie diese Datei heißt. Und viele weitere Einträge, insbesondere welche JavaScript-Dateien konkateniert und im Bildprozess minifiziert werden sollen. Das gleiche mit CSS-Dateien, die aneinandergefügt und minifiziert werden sollen. Und hier sehen Sie die Ressourcen, die in die Cache-Manifest-Datei übernommen werden sollen. Also, die Index-Seite, das Fev-Icon für die Adressleiste, JavaScript-Dateien, externe JavaScript-Dateien, also von Drittanbietern, dann sonstige Ressourcen, CSS-Dateien, Bilder.